Bauerledig Sucht ist zurück mit neuen Bauern. Rund um Tour, Vollgas. Ich bin kein Mann für eine Nacht, nein. Ich bin kein Gramm normal. Und neuen Hofdamen. Ich bin nicht bekloppt, ich bin nicht Peggy. Es wird romantisch. Tada! Und es wird turbulent. Da habe ich viel Schmink gesehen. Ich finde das immer noch hochfliegig. Doch die Liebe kommt nie zu kurz. Ich bin völlig aus dem Hüsli. Bauerledig Sucht. Die neue Staffel. Ab 25. August. Auf 3 Plus.